Ok Wohin? Wieder zurück Sporten Nee, jetzt können wir auch laufen, das ist ein kurzes Stück, oder? Jawohl denn Das ist gar nicht da Hallo, ich hab dir grad verwechselt Oh mein Gott Wo ist denn das? Ah doch, da Der Drachenkopf Ok Ja, der Drachenkopf ist es wieder Danke für die Einladung, ja? Kriegst du nie wieder zurück Ich weiß Leise Belmont Belmont Hat er noch was für uns, oder was? Nein Heute mal nicht Heute mal nicht Nice Ist ne Fade in der Level 37, Fortschritt 83%, gut, kann man ignorieren Ja Schon leider zu weit So, hier ist noch ein Quest Ich Ich lau fort, du läufst nach, und dann machen wir was Ich Ich meine, wenn wir grad am Feld vorbeilaufen können Nee, komm Vergesst, was ich gesagt hab Wir müssen ein paar Schneewald verkillen und Denen das Fell abziehen, weiß Wir müssen ein paar Schneewald verkillen und Und machen wir das Dann machen wir das Sind ja zum Glück nicht schwer Auch alleine nicht unbedingt So, das wäre dann Nummer 2 von 4, ne? Ja Dann machen wir schon den nächsten Boy Nice Du guckst mal wo der nächste ist Nicht in der Nähe Vielleicht haben wir Glück und der erste Spawnt nach Ja, oder wir laufen da hoch Oder wir laufen da hoch Da ist noch einer Ja Ja, natürlich ziehen wir jetzt Akku von 2 Jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen können Ach, ihr Homies, hört doch auch mit dem Zeug So, easy, und wir zurück Alles klar, und lauf, gell? Ja Wir sehen uns dann vor Ort Ha 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 So, mal gucken, ob der auch eine Folgequests für uns hat Wenn nicht Es ist nicht schlimm Aber wir haben ja noch zwei Questgeber hier In der Stadt Eben, und Freipriefe ja auch noch, wie wir gesagt haben Genau Nice Jawoll Und wieder Gegner töten, ne? Okay, cool Müssen wir kurz gucken, wo die wieder sind Die sind natürlich ganz hinten Im Osten An Lauf Nach dir Ich habe auf dich gewartet Ich habe auf dich gewartet, außen läufst du falsch Warum? Ich meine, der hat zwar Ein Scherz Okay, es war ein Witz Ha 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 Oh Gott, ich glaube wir laufen sogar wirklich falsch Ne Da kommt ein Abgrund jetzt so an Ne, Mann Doch Der kommt da gar nicht vor Meinst du? Ja Ich war da noch nie Ne Wir müssen hier außen rum Oder? Oh Gott Ne, ich glaube nicht Doch Aber wir folgen einfach dem Boy Efter, weil er beschlossen hat Und er was beschließt Und ist es dann einfach so Ist okay Die haben wir da lang Die hätten uns niemals durchgelassen Ja, von mir aus Ich habe mir lieb gefragt hätten Mit Gewalt, Junge Sonst würde es doch hier den Weg nicht geben Sonst würde es doch auch Oh mein Gott, Level 39 Gegner Echt nice Ja, genau Du kannst gerade freilaufen Bei mir wieder Akku gezogen Aha Alles klar Okay, dann hat er auch noch ein Level 49er Quest gemacht Geil Alles klar, das heißt wir kommen wieder hin Ja, komm Ah hier, die brauchen wir Ne, komm mich doch am Arsch Ja, schön Ich bin trotzdem Akku am Arsch, ne Ja, dann laufen wir noch ein Stück weiter Und versuchen die Akku abzuschütteln Ja, hast du abgeschüttelt Ja, hast du abgeschüttelt Okay, nice Okay, nice Geh ich wieder mit drauf Bevor du hier noch Verreckst Elend, Digga Elend, Digga Gelend Der macht doch eh keinen Schaden Was Machst du das so lange rum mit dem Scheiß Du kannst schon mal zum vierten gehen, wenn du willst Jo Mein Scherz, mein bleibt da Du hast den Einfach mal die Akku vom nächsten Witz Ja eben Da, der 39er, der ist halt Mit am Da Ja, dann müssen wir den halt mitkämen Ja, mach doch Heil mich Ich bin echt tot Nice Ich versuch kurz die Akku wegzunehmen Ich versuch kurz die Akku wegzunehmen Oh ne, jetzt hab ich den nächsten Akku bezogen Ich lauf mal kurz Ich lauf mal kurz Ein bisschen Ja, ja, ich versuch solange mich Zwierlich zu töten Theoretisch kannst du auch hier hinlaufen Hier kommen Hier kommen Ist nur die Äh, die Ah ne, da kommen die Scheiß drauf Ignorier's Ok, heil mich mal bitte Ja, ich musste weglaufen, Digga Ja, jetzt kannst du mich ja heilen, oder? Ne Oh my gosh Ja, ich musste weglaufen Du wusstest, dass ich weglaufen muss Ja, ich bin eigentlich weglaufen Das war knapp Egal, kannst du kurz weglaufen Wiederkommen, oder? Ne Ich töte ihn jetzt Ja, mach halt Oh my gosh Weiss nicht, wie ich mich gezählt hab Ernsthaft? Na ja Ich hab ja noch nicht Haha Vor allem Zum Heimatpunkt Neu Kredania Zurückkehren Geh, du wartest noch Ich lauf jetzt weg Das ist echt Das ist zu dumm Alter, dass die einen wirklich killen können Ja, wie krass stark die einfach sind Also das ist die ganze Zeit nett Vor allem Als ich zu dir gesagt hab Du kannst wiederkommen Und mich heilen Dann war ich eigentlich schon auf dem Weg Äh, zu dir quasi, ne? Ich hab schon angefangen mitzulaufen Ja toll Agro von nächst, ne? Ne, wo der liegt Äh, wo du liegst Oh, das geht auch von hier Meine Fresse, Alter Alter Alter, Vater, ey Komm dann hierher Ich zieh den einen mal hierhin Äh, ich, äh, lauf so schnell wie ich kann, ja Okay, wo wurde ich Okay, wo wurde ich Neben mir Nice Wir sollten erfü- na ne, ich brauche da noch einen, ne? Ja Okay 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 Mal gucken, hier hinten Vielleicht Vielleicht Ja, das, ne Geht, kann es Geht, kann es vorbeilaufen, oder? Ja Du musst einfach warten bis der wieder spawnt Ah, komm, komm, komm Komm, komm Oh, nein Lass hier am besten in die Ecke, oder so Ich weiß nicht ob der soweit kommt Oh Oh Gott Sieht so weit gut aus, ich versuche einfach meinen Scheiß zu werfen, ne? Ja Jetzt kannst du, glaube ich, hingehen Ne, ich lass es lieber Den killst du Sollten wir mal porten, oder? Ja Ich porte Zu spät Okay Aber wie schade aber auch So, sind wir auch hier mit den lieben Quests durch Da haben wir noch zwei Auftragsgeber Ich bin auf dem Weg Ich habe mich gerade um ein paar Fragen, das sagt es aber keinen Bitte Okay Du bist da vorne in dem Haus drin, oder? Ja Du musst die Treppe hoch Ehrlich, jetzt Ja Also raus Also drin, sorry, drin, Treppe hoch Okay, danke Ach, ich meine, da drin rumzufliegen ist schon komisch, ja? Ja Wir reden hier mit Mit Will? Nein, den anderen Du schießt nett Genau der Alles klar So, wohin? Wieder raus erstmal Ey, mir egal wohin, erstmal raus Alter So, Richtung Norden, alles klar Dann machen wir das halt mal, ne? Ah Ah lol, die ist da ganz hinten in der Ecke Oh Gott, ist das ein Quest Ja, da laufen wir halt erstmal Ja, da laufen wir halt, genau, ja Ja, äh, du fliegst, ich lauf, ja, äh, ich lass laufen, ja, ja, ich reite, ja, ja Also sonst alles bei dir Ja, 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 ja Okay Um den Berg rum, gell, ja, 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 ja Lauf jetzt, lauf, da ist die Akko, lauf Ich kann doch eh nicht wiederbeleben, also stirb doch einfach So, nochmal ein Boss-Fade Ich bin nicht mehr so viel übrig. 35% ist schon Fortschritt. Wir könnten rein theoretisch, wenn da Leute sind, hingehen. Ich glaube, das sind Leute. Oh, Mensch. 38%. Meinst du, wir machen das noch schnell? Ja, lass das nehmen. Komm, wenn die schon gegen den kämpfen, füllen wir einfach schnoren jetzt. Bringt uns da nur 5000 Routine, weil 5000 Routine sind mehr als keiner. Mehr als 5000, Liga. Oder? Hör doch auf zu spoilern, ich weiß es nicht. Oh, der Boss ist hier draußen. Loll, wir haben das denn hingekriegt? Dass der hier rauskommt, der ist normalerweise auf der Fläche da vorne. Rausgepullt halt, ne? Ja, krass rausgepullt. Den Boy. Ich versuche einfach nicht zu sterben, ne? Alle, die Leute hier sind. Oh mein Gott. Ja, bitte. Oita. Wie der Boss gerade von irgendwas 2000 Routine gekriegt hat. Und ich mache mit meinem Scheißwerfen 59. Ja, ich mache gerade so nicht mal 100. Mit meinem Steinrahm. Ja, nice. Ich kümmer kurz, was mein stärkster Angriff macht. Aha. Haha. 174. Nice. Ist nicht schlecht, aber halt auch nicht gut, ne? Ja, wobei alle ziehen so 100 ab. Nicht mal. 80, 115 war jetzt dabei, 173 war jetzt mal dabei. 179, 171, 303. 303. Das war ein Mega-Crit. Wahrscheinlich vom Schwarzmarkt, ja, ne? Ja, das kann sein, stimmt. Und dann... Mach ja schon gut Schaden, außer die Werte von mir gespielt. Yo, da wird der Boss geknallt. Ja, richtig gut, Mann, oder Witz? Ahahaha. Der Boss hat mir gerade 359 abgezogen. No, ja, du lebst auch noch. Der hat mit seinen Hinterläufen ausgekriegt. Hallo, mach jetzt. Ich? Nein, Mann. Geh doch hin! Scheiße, du bist so ein Lappen, Alter. Ja, danke. Ein feuchter Lappen, wenn ich das war. Ja, ja, in Milch getränkt, Alter. Boah, weg, ja. Ich würde gerade rangehen von hinten, ja. Digga, du bist so eine Pussy, ey. Warum? Ja, hier sind 100.000 Leute. Wo ist dein Problem? Mann, 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 und da fällt der. Ich will denen halt nicht helfen. Irgendwie gibt's 11.000. Und ich habe nur eine Silber-Ding gekriegt. Ich auch. Und trotzdem 11.000 EP. Das ist mehr als eine Nebenquest, die wir machen, Alter. Oh, gut, Gegner. Danke. Geil, ne? Also, ja, gut, es war halt ein Boss. Ja, trotzdem. Weil die Fades hier lohnen sich, weil die rennen jetzt wahrscheinlich zum nächsten Fade, was noch sieben Minuten geht. Würdest du da hingehen, Alter? Lass da hingehen, oder würdest du? Eigentlich schon, weil die werden da auch anhand laufen. Ja, eben. Wenn man eine Gruppe hat, wo so viele Leute hinrennen, folgt denen einfach, macht gar nichts. Ja, die laufen, ja. Lasst die Eier schaukeln, oder schwebt mit euren Titten. Wenn ihr gar nichts von beiden habt, dann krabbelt euch am Arsch rum, oder so. Mir egal, ey. Krabbelt euch am Arsch rum. Ja, macht irgendwas. Ja, mach. Sollen wir mal gucken, ob alle mitkommen? Oder eurem Leben an. Hallo, Freund. So, Ehrlicht. Delf 34, wie süß, Mann. Dann böllern wir die Ehrlichter weg. Ja, sind zwar nicht alle von den Tippen, aber das sind wahrscheinlich gerade alle. Hier, gucken wir, es kommen jetzt noch immer mehr. Wir waren die Ersten. Ja, nein. Die Ersten, wir sind sogar falsch gelaufen, gell. Ja. Nur mal so am Rande erwähnen. So sieht's aus. Können wir uns noch mal ein paar Tausend dp. Ja, Mann. Wir müssen es wahrscheinlich ungefähr genauso viel geben wie gerade eben. Aber egal. Wäre zu gut, wenn es genauso viel gibt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mal easy EP abgesnackt. Ich würde damit eigentlich eh nur durchsagen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr EP kriegen als gerade eben. Maximal genauso. Ja, die kommen alle hier aus der Höhle. Cool. Ja, nice. Ja, ein Drittel haben wir schon, ne? Alter, wie viele hier rumhängen. Eigentlich braucht man nur wirklich dabei stehen und nichts zu tun, aber wenn man sich ein bisschen mit eingebunden hat in das ganze geschehen, dann kriegt man halt doch mehr Routine. Ja, kranker Scheiß. Alter, die sterben schneller als ich einen Zauber casten kann. Ja, krass, gell? Oh nein, ich habe Akro gezogen. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ähm... Ja, gar nichts. Weil die eh schneller sterben, wenn man gucken kann. Oh, jetzt... Ich habe hängengeguckt, aber... Wir gehen immer weiter in die Höhle rein. Ja, geil. Äh, übertrieben. Alter, hier zerfickt einfach alles. Also ich nicht, aber die anderen. Alter. Und die geben sogar 200 EP. Da ist ein 1139er-Gegner, wie der mich vorhin getötet hat, ja? Ja, geil. Guck dir sein Leben an. Der Gesetz, 26%, 26%. Erf nur wegen dem AOE-Damage, der hier passiert. Ah, 9600, genau so viel wie eine Quest. Ja, nice. Haben wir quasi nochmal eine Quest gemacht nebenbei, ne? Ich meine, kleiner Umweg ist klar, aber trotzdem. Wir könnten es rein theoretisch mit denen mitlaufen und einfach weiter Fates machen. Ja, theoretisch. Aber wir böllern unsere Nebenquest hier weg. Ja. Boah, ja, ja. Ja, 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 ja. Du hast fast genauso viel Max-LP wie ich. Das kotzt mich ein bisschen an. 200 weniger. Ja, liegt wahrscheinlich noch an mangelnder Ausrüstung. Ja, Mann. Bei dir. Bei dir. Weil ich bin ja schon OP. Aha. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber danke. Ey, Digga, lau. Gerne. Der Boy einfach.